Ja, hallo Toto und alle anderen Leute, die gerade zu diesem Video gekommen sind. Ich möchte Toto nur zu seinem 15. Geburtstag gratulieren und hiermit auch herzlichen Glückwunsch von mir. Wenn ihr ihn mal gratulieren wollt, ähm, ähm, ja, dann geht doch einfach mal auf seinen Kanal und schreibt ihn in die Kanalkommentare, alles Gute und da wird er dich bestimmt überfreuen. Das war's eigentlich schon von dem kleinen Video, alles Gute Toto und tschüss.